Hallo und herzlich willkommen in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wolf Fuss und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Hertha BSC. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Sie stehen vor allen Dingen defensiv richtig gut. Wird schwer, Sie hier zu Hause in Bedrängnis zu bringen. Und damit haben Sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig. Konrad Leimer. Werner. Forsberg. Halstenberg. Schön, wie Sie da die Offensive unterstützen. Timo Werner. Tyler Adams. Forsberg. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Toller Pass. Timo Werner. Marcel Zabitzer. Forsberg. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Da kommt die Flanke. Parade von Jahrstein. Weiter geht's. Ja, Sie können erstmal klären. So, was machen Sie draus? Was macht der draus? Nee, da kommt keiner dran. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Und zurecht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Werner. Emil Forsberg. Halstenberg. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Gute Ball verteidigt. Konrad Leimer. Tyler Adams. Die Leipziger machen Druck. Konrad Leimer. Herr lässt den Gegner stehen. Ruhet sich den Ball im eigenen 16er. Klasse Pass. Marcel Zabitzer. Tyler Adams. Schick. Die Ashton hält. Szene geht weiter. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Nordi Mukiele. Leipzig macht Druck. Und auch die Fans sind jetzt da. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Forsberg. Ballverlust. Da ist jetzt Platz. Ja, könnte was werden. Das war der gut. Den Ball hat die Abwehr. Guter Einsatz. Ball ist erst mal wieder weg. Dajot Upamecano. Dajot Upamecano. Forsberg. Konrad Leimer. Patrick Schick. Marcel Zabitzer. Schick. Und direkt zurückgespielt. Klasse Pass. Kein gutes Timing. Der ist ja bis jetzt abseits gelaufen. Marco Grujic. Scherbrett. Super dieses Zuspiel. Jetzt ist es gefährlich. Flanke kommt kurz. Schade. Da war sicher mehr drin. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Tyler Adams. Tolles Zuspiel. Schick. Die Leipziger machen Druck. Und die Situation geklärt. Tyler Adams. Halstenberg. Timo Werner. Gute Flanke. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Locker vom Torhüter. Der Ball war harmlos. Marco Grujic. Viel Platz jetzt auf außen. Scherbrett. Was macht er draus? Was macht er draus? Klasse Aktion. Ball ist weg. Konrad Leimer. Es ist eine erstklassige Ballbesitz-Statistik von RB Leipzig bisher. Aber beim Ergebnis hapert es. Das ist eine Enttäuschung. Nur unentschieden. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Leipzig über außen. Emil Forsberg. 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 Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Wird das seine Torchance? Timo Werner. Die Chance. Das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Konrad Leimer. Halstenberg. Schöner Pass. Und da ist das Tor. Kein Tor. Auf Abseits entschieden. Gut gesehen. Richtige Entscheidung. Da haben wir die Szene nochmal. Ist natürlich ärgerlich, dass der Treffer nicht zählt. Aber spätestens jetzt zu sehen. Richtige Entscheidung. Santiago Ascaciba. Klasse, wie er da hingeht. Gibt ein Wurf. Klostermann. Halstenberg. Tyler Adams. Konrad Leimer. Patrick Schick. Die Nachspielzeit. Zwei Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Schwache Aktion. Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Es steht unentschieden. Sie sind bisher ohne Gegentor geblieben. Zeigen wieder mal, warum sie im Moment so stark sind. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Hälfte. Hertha mit dem Anstoß. Ja, Wairo, Dilrosun. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis. Rikig. Und da ist der Ball wieder weg. Wir sehen das frühe Pressing. Tyler Adams. Werner. Ja, der nächste tolle Pass. Nordi Mukiele. Jetzt Sabitzer. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Dayot Upamecano. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Sieht gefährlich aus. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Tyler Adams. Werner. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Emil. Emil Forsberg. Er trifft den Pfosten. Ball erst mal im Haus. Es gibt Einwurf. Und jetzt kommen frische Spieler. Beide Mannschaften werden auswechseln. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Konrad Leimer. Das könnte vielleicht was werden. Ja, da ist er zur Stelle. Ball gewinnen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt wird es gefährlich. Abwehrversuch scheitert. Macht er das Tor. Ein fantastisches Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Fast gehalten. Der war ganz eng. Kommt da noch dran. Aber am Ende zu. Strandes Ding. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie stehen jetzt sehr tief. Das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Beim Ballbesitz hat RB Leipzig im bisherigen Verlauf des Spiels Vorteile. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage geben soll. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Werner. Gut gemacht. Gutes Deckling. Ganz klar. Da muss er Freistoß pfeifen. Nun wird das Wechsel auf beiden Seiten geben. Nur die Mokiele. Konrad Leimer. Ja, schwacher Ball hier. Marco Grujic. Klasse Pass. Das Tor wird hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Hier steht es. 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Einmannschaft. Halstenberg. Konrad Leimer. Jetzt Sabitzer. Viel vorwärts dran jetzt. Yusuf Pausen. Sabitzer. Das war eine gute Chance, aber jetzt der Abstoß. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Was macht er draus? Macht er gut? Jetzt ein weiterer Einwurf, dann wird's brenzlig. Marcel Sabitzer. Ja, könnte was werden. Nordi Muckiele. Konrad Leimer. Ah, klasse geklärt. Angelino. Timo Werner. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Guter Pass jetzt. Marco Grujic. Lukas Künter. Schellbrett. Gut den Körper eingesetzt. Marco Grujic. Brillant gemacht. Kein Tor. Auf Abseits entschieden. Gut gesehen. Richtige Entscheidung. Marcel Sabitzer. Tyler Adams. Er lässt sich zurückfallen. Sehr aktiv. Will den Ball. Yusuf Paulsen. Leipzig über außen. Da ist die Hereingabe. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Einwurf jetzt. Der Ballverlust. Tyler Adams. Jetzt Sabitzer. Konrad Leipzig über außen. Der Ballverlust. 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 Das müssen Sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt Ihnen dieses Tor noch mal einen Schub. Das war der Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit. Und sofort ist das Publikum wieder da. Und jetzt hoffen die Fans hier natürlich auf ein Wunder. Und das wäre eins, wenn sie wirklich noch den Ausgleich schaffen. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Dodi Lukebakio. Das Spiel ist vorbei. Der Hund parteiische hat abgepfiffen. Schauen wir mal in die Statistik. Sie hatten tatsächlich weniger Ballbesitz. Ja, aber wenn sie ihn hatten, waren sie zwingender. Und daher geht der Sieg in Ordnung. Diese Niederlage tut natürlich weh. Zwei Gegentore heute. Das musst du abstellen, wenn du die Spiele gewinnen willst. Das muss ich hier vorleschen. Also geht's. Das muss ich genau von Ihnen hier rauskennen. Das ist nicht die Zwei. Das muss ich jetzt von Ihnen wie zuerst lachen. Das muss ich auf die Spiele gewinnen. Das muss ich jetzt auslöpigetować. Das ist die Zwei. Das muss ich hier. Das muss ich genauer. Das wird ein Crash. Das ist die Zwei. Das ist die Zwei. Das ist die Zwei. Das ist die Zwei. Untertitelung des ZDF, 2020